ah schreier oder schreierin also irgendjemand mit der pickaxe müsste auf jeden fall die treppe hier noch weg kloppen wir haben doch erdbohrer zwei stunden aber auch wir brauchen bloß ein bisschen benzin und dann ist alles gut dann kann man alles wenn ihr mehr benzin haben wollt dann müsst ihr mir bescheid sagen weil wie gesagt ich habe ja den erdbohrer vielleicht irgendjemand anders von euch den erdbohrer haben du hast doch zwei mehr ein hat ja ahnen ich komme kommst du auch noch das ist gar nicht gut ich glaube wir müssen mal raus ja ich bin gerade am herstellen von 500 jetzt schien eigentlich müssen wir wieder unter machen seitdem treffe ich die stangen besser jetzt habe ich nämlich eine stahl das ist schöne fleisch apropos wolf besser so als gar nichts diese bewegung zwischen 27 fleisch herzlich willkommen noch mal was findet jemand in sachs oder wie achim mit den finger einer nur für dich ganz allein ich gehe mir noch die spikes ums haus rum was geht sie das an danke für deinen follow ja schon gekommen das ist ja aber geiler nick oder jo ja ja ne die semi rennt auch in der nähe ist schon klar ich wollte nur mal nester hier oh man ey warum essen habe ich auch erstmal was ja wir brauchen halt noch eier ich bin noch ein paar nester hier im looten ja aber hier ist halt semi und ja vielleicht haben wir tatsächlich mehr als ich noch eier echt ja 250 282 ja das geht ganz schnell ja so ich hab gefühlt heute äh wirklich echt wenig gegessen seltsich noch halbwegs stimmt ich wollte auch perken ich glaub da haben die jungs und mädels die äh slow metabolism so bisschen bisschen äh farben glaub ich ein bisschen mehr probleme mit essen ja ja ich bin ständig ich struggle grad auch schon wieder mit 10 10 rum ja da weil es äh weil es ja auch so ein problem ist grad in der kälte also gerade wenn ihr dann in der kälte auch noch ne ich geh schon immer ins wärmere biome ok aber das problem ist ähm ich renne ständig vor schreiern der kalt ok was der stamina nicht gerade gut tun ok mein bitte alter komm her baby komm her ähm beim nächsten rückweg von mir werde ich auch mal ein paar ressourcen abdrücken dass sie auch mit craftet weil ich komme mit dem craft nicht hinterher ja ok es ist zu ruhig geworden hin zu ruhig der jinx das schon wieder ich fand das jetzt nicht gerade ruhig ich bin taub auf dem einen mal ja bei mir ist jetzt quasi easy doch kann man aber wir haben leute die haben bessere messer ja ok 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 habe ich wieder zu schnell ist es nämlich rein gestoppt ja das ist das ist wie im real life sobald ich essen sehe muss es rein dann geht deswegen sage ich mit 1,46 ungefähr genauso schwer ja das passt schon 1,46 schon 1,46 ja ja 1,46 manchmal auch nur 1,40 es kommt immer drauf an ja die 1,40 das habt ihr mir einfach versucht in den mund zu legen ne 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 das hast du letztens selbst noch gesagt ne 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 dann habt ihr euch dann entweder ne 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 ist 1,46 1,46 völlig richtig und ungefähr ähnlich schwer ja lang wie breit 1,46 kann ich bestätigen was soll ich deswegen tut mir das auch ein bisschen immer weh wenn bräuwolf ähm solche sprüche gegen dich äh bringt gegen w was für sprüche na wenn du die wenn du sprüche gegen ahnen und äh und so immer bringst von wegen dass er klein ist oder sowas hab ich gar nicht ich hab mich sogar gestern verteidigt oh er kriegt ein kleiner dicker kampfzeug irgendwo ist doch hier noch irgendwer hallo irgendeiner einen wunderschönen mitschicht hier da hat sich auch einer im chat über ahnen seine größe gemacht da hab ich gesagt sag mal ruhig solle leute haben wir früher im film und im ziklus gesucht da hast du aber richtig gut verteidigt ich finde oh ja also mein bruder hat mir beigebracht du sag einfach nicht was du denkst sondern einfach mit geistigen mittelfinger damit kommst du viel weiter ja okay okay Cap ist 146 kg schwer und nicht 146 cm groß okay doch ich hätte vielleicht ich bin 146 und ungefähr genauso schwer wie groß bin völlig richtig das passt schon fast hätte vielleicht einer Lust mir was zu essen vorbeizubringen der mehr als 20 stamina hat max stamina ich habe tatsächlich mehr ich musste bloß noch hauen und dir was zu essen holen aber ich glaube wir hatten ja auch nichts mehr so großartig das ist schlecht ich habe jetzt nochmal 16 Eier ich hatte gerade Kartoffeln reingeschmissen ja aber Eier mit Spek hast du wenigstens ein bisschen Heilung das brauchen wir jetzt am ehesten Eier ja ich glaube ja jetzt sag doch einfach weiter dass wir nicht manns genug sind sag es uns doch bitte weiter und wenn einer einen zweiten Punkt im Master Chief reinsetzt dann kannst du mit zu machen dafür haben wir alles Mais, Kartoffeln wir haben ja schon alle Kartoffeln und so weiter verbraten ach haben wir alle verbraten ich habe 144 ich habe 140 einstecken ja ein Kartoffelfeld habe ich ja schon ja also abgedingst ja ich habe 140 Kartoffeln einstecken gerade ich bin nicht 1,46 breit da muss ich keinen Kopf machen so weiß ich auch nicht aber das Problem bis ich zurück zur Basis bin 1,46 breit also durch die Tür passe ich noch auch wenn es manchmal vielleicht einfacher wäre auf Klo gleich zu zocken ja so eine Saluntür so eine Doppelschwenktür ja im Hause kennt das ja im Hause war schon bei mir ich war ja schon mal beim Karacho genau aber wisst ihr was nicht förderlich ist wenn ich wieder farmen bin ich bin jetzt schon wieder 3 Level im Vorsprung ja wegen hier haben wir also einen beschissenen Game Stage ja so schnell hat man die Affkarte gezogen Ayo ja ja ich weiß das hättest du jetzt nicht sagen dürfen da hätte keiner drauf gehaftet oh was ist das denn? ach so ich habe keine Steine ihr habt gesagt die soll Farben gehen ja 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 wir haben im Vorfeld schon gesagt egal was wir dir für eine Aufgabe geben du verkackst eh alles also oooo 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 oh ok ich bin gleich zurück kranke herzenfuck köch die auf die einen schenkel haben jetzt schon wieder besonders vorsi 맞아 aber köch nicht würdest aufsehen wenn du wieder vielleicht schlagen wir ja vielleicht schlagen wir ja im Pokal Also ich weiß nicht, hast du jetzt noch Punkte um Master Chief oder macht das irgendjemand? Ne, mir fehlen noch ein paar Punkte und dann mache ich den Master Chief, den Zweier. Hast du auch den Inzidenz auf zwei? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Entschuldigung, weil ich dich was frage. Diese Aggression kommt mich langsam an hier. Was haben wir denn hier noch? Ne, den hab ich nur auf ihn. Na siehste, bringt dir also ja auch nix, weil du musst ja auch noch skillen. Janusz heißt es. Flattenpflastersteine haben wir genießt. Der muss ja auf drei. Das sagt vielleicht ein Brandenburger, aber nicht ein Dich und nicht ein Vorgang. Ne, eigentlich nicht. Cobblestone können wir tausend gebrauchen oder so. Wie gesagt, wenn mir jemand was zu Essen zum Freibringen könnte, ich habe genug Zeug einstecken, um genug Cobblestone herzustellen, um genug Spikes herzustellen. Hör auf zu heulen, sag uns einfach deine Position an, dann geht nach Hause und dann holt jemand. Junge Dame, Junge Dame. Junge Dame. Ich komm vorbei. Wir haben eine Minimap. Ach, wenn du jetzt auch noch so ne große Fresse hast, weißt du, verrecke doch an Hunger. Verrecke doch. Ne, wo bist du denn, IO? Da hinten bist du? Ach, du bist ja so weit weg. Wir sind jetzt in Berlin im Finale. Alles klar. Weißt du jetzt, warum ich mit Max 15 Stabiler nicht gerade zurückkriege? Wieso, ich denk Eisen und der Kram ist da hinten. Ne, ist jetzt nicht mehr da, okay. Wo ist er denn, IO? 339 Meter von mir entfernt. Das ist ja fast eine halbe Weltraube, schaffe ich nicht. Also Mädel, für ein Mädel hast du ne ziemlich weibliche Stimme, ne? Das ist ja, das ist ja wie von Everswalde nach Finofort, geht ja mal gar nicht. Alter, wie die da rumrutschen, das gibt's doch gar nicht. Im. Schauen wir mal, was der herrt. Ach guck mal. Captain, mach dir nicht die Mühe, ich bin gerade schon am Verhungern. Bin gleich hier. Ich bin noch 200 Meter weg, jetzt stirbt nicht hier. Schalte dich nicht ab, wäre ausdeutsch. Ja, dankeschön. Komm aber mit gezückten Pfeilen und Brungen. Bräwolf ist auch hier, der gibt mir Deckung. Genau. Ich hab hier selber zu tun. Vier Stamina, scheiße. 150 Meter. Null Stamina, 96 Meter, wo bist denn du genau? Was hast du mit mir? Nur ähm... Was hast du mit mir? Alles gut. Wer? Komm, ich geb dir hier Essen. Hier, komm, hab. Essen. Trinken. Wer? Essen, trinken, essen. Ne, hab ich nicht dabei gehabt. Alle hier vorne. Außer ein paar Kartoffeln, die nützen wir nicht viel, ne? Warte. Einmal... Einmal Stein und Lehm. Und... Oh, da hast du aber schöne Gefolgschaft hier. Ja. Und äh... Ich gebe auch ein bisschen Holes mit. Ja, schnell weg hier. Und euch aufteilen, ja. Jetzt müssen wir auch heil nach Hause kommen. Jetzt bin ich überladen. Ähm, äh, die von Killer Lady meine? Äh, wir waren schon immer Freunde. Ach so, ach so, ja. Also... Ey, 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 das ist ein Blaubeerfeld. Das hört man raus. Es, 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 es gibt sogar einen Clip von Killer Lady, den sie gemacht hat, wo sie das erste Mal bei mir im Stream war, wo ich gleich angefangen habe. Oh, guck mal, große Prominenz bei mir im Stream. Und die... Der VIP schlägt hier auf und so. Und ich glaube, das hat sie sogar geklippt. Ne. Er hatte jemand ein Messer, da liegt noch ein Hirsch. Doch, das hast du... Irgendwie gibt's ein Clip, ich bin kein VIP. Echt? Okay. Okay. Ja. Okay. Hier liegt trotzdem noch ein Hirsch. Falls noch jemand ein Messer hat, direkt vor der Base auf der Straße, nee. Jetzt rennt einer wieder weg von mir, was? Kann das sein? Warum tue ich? Ich bin aber zu weit. Ja, weil er doch gerade aufgezeigt hat. Weil ich gerade Haufen Zombies neben mir habe. Er kommt doch in meine Richtung. Wenn ich stehen bleibe, du, dann bin ich dort. Er kommt in meine Richtung. Ich wollte dir die ganze Zeit helfen, aber es ist... Alle zusammen, aber... Echt schwierig, wenn du ständig wegrennst. Mhm. Gut, aber schön bald. Bei manchen Konversationen... Ähm, ist nicht so, dass wir alle in einem Team sind. Das ist richtig. Ähm. Willst du nur wissen, welche Farbe du bist? Wer du du bist? Ich war immer, äh... Ich hab gefragt, ob wir zwei Teams haben. Ja. Die anderen sagen immer grün. Ne, du bist pink. Ries, das sag ich doch. Du bist bei mir auch pink. Ja, das ist ja auch richtig so. So muss es ja auch sein. Lila bist du bei mir, nicht pink. Lila. So. Machen wir mal Kabbelstones, ne? Pinky, Pinky, Pinky. So, Kartoffeln habe ich noch mitgebracht. Sechs Stück. Ganze sechs? Jo. Wahnsinn. Ich hab auch bis 18. Ja. Lila macht geiler. Das Zeug... Ich hab sie gerade abgehängt. Oh, dankeschön. Hinter dem Einhaus, da würde ich jetzt nicht hingehen. Ähm. Hatte... Hatte... Hatte noch was zu essen. Und zu trinken. Essen habe ich natürlich auch nicht mehr zu trinken, ja. 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 Ich mach mal noch ein paar Spikes. Ja. Ach. Echt? Ich brauch drei. Äh. Aber ein paar. Eher bringe ich mit. Moment. Ich hab ja auch noch mal. Das ist schön. Da ist ein Wildschwein vom Haus. Wir hatten eine Mumme. Ja. Einen Punkt kennt mich. Aber das kriegt auch noch mal. Lass lieber. Ich hab ja auch noch mal. Masterchef 2 kann ich machen. Masterchef 2 kann ich machen. Dann... Masterchef 2 kann ich sofort machen. Ja. Dann hau raus. Ich weiß nicht, wie es mit Mais äh aussieht. Habe ich jetzt gemacht, ne? Ja. Ja. Haben wir denn noch Mais? Weil Kartoffeln ist nicht das Problem. Irgendwohl. Kartoffeln. Kartoffeln hab ich einstecken. Aber Maisfeld hab ich da hinten irgendwo auch noch eins gesehen. Kartoffeln hab ich noch 136 einstecken. Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Ich kann gar nicht genug fressen. Das ist so unmöglich. Egal wie viel ich fresse. Das reicht nicht. Äh. Wohl eher lila der letzte Versuch. Ach komm einfach mit dem Durcher. So, haben wir wieder 35 Fleisch mehr. Ich muss mich echt mal in der Putze ein bisschen aufhören. Upsala. Och ne, jetzt nicht der Scheißpack hier. Oh. Aber war das halt eben Ayu der gesagt hat, wir sollen die Tür zumachen, weil er sonst so schnell ne Erkältung kriegt? Ähm. Ähm. Was für mich noch bei Fußpäusening rot? Sterben. Sterben. Einfach sterben. Ja. Einfach sterben. Einfach sterben. Geht einfacher. Okay. Ups, das ging aber flott. Das war ja quasi wie auf Zuruf, ey. Ja. Ich war, ich war so niedrig mit Essen und Trinken und dann noch Foodpoison gerod, dann warum weiterleben? So kann man das auch sagen. Achim. Wär doch auch immer so'n Blödsinn zu erzählen. Natürlich seh ich das da. Ähm. Ich hab keine vernünftige Schaufel dabei. Ich hab keinen Bock mit ne Schaufel zu machen. Und C was wollt ich jetzt mit 200 Beton und äh, sonst was. Das brauch ich jetzt nicht. Egal wer da grad drauf zuläuft, da kommt die Schreierin her. Ich hab's wohl grundsätzlich, äh, wahrscheinlich weniger Ahnung von dem Game als, äh, äh, als ihr, oder? Äh, wo haben wir denn Wasser? Grundsätzlich weiß es wohl auch. Ist nix mehr da, oder was? Rechts in der Kiste ist Essen und Trinken. Ja. Ist ja gar nicht ernst. Ach so, trinken auch, okay. Ich dachte, trinken wir links. Links sind jetzt Medis. Ja, hier kommt nicht so viel. Okay. Okay. Ich weiß, dass ich ne Erdboge hab, ich weiß, dass ich damit auch abborden kann. Trotzdem interessieren mich, äh, tatsächlich ehrlich gesagt, äh, keine 200, 300, äh, Beton. Noch nicht. Big Mama links. Wieso, wir haben doch vorhin extra die Rüberframes dafür geholt, Karate, vom Dach des Ohrenjobs. Ach so, das stimmt, das haben wir ja extra dafür gemacht, ne? Da war ja was. Ja, da kann man sehen, wie gut sich das auswirkt. Auswirkt. Ich hab Hotframes, du hast Riverframes. Läuft doch. Oh, nochmal ne Schrotze. Ja, Waffen gibt's irgendwie... Frage ist jetzt eben tatsächlich, auf was, äh, auf was soll ich eher gehen? Soll ich jetzt tatsächlich anfangen, so ne Scheiße hier abzubauen, äh, wo man kaum was hat, oder... Töten. Ja. Soll ich töten, soll ich, äh, lieber, äh, damit es uns im Fall läuft. Also ich sehe uns beide eher beim Looten als beim, äh, 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 abbauen. Ich hab grad drauf gewartet, dass du mir irgendwie so ein Puffercode oder so hinwürfst. Nein, eigentlich. Hier ist ne grüne, hier ist ne grüne Dicke. Okay. Oh shit. Ja, alles gut, das ist die. Hab ich im Griff, aber wie gesagt, die Bauern nicht. Ich bin so oder so meistens im warmen Biom. Meistens ist mir zu warm anschein. Hier ist kalt. Jetzt bin ich schon vom Händler weg. Ja, ist ja okay. Sorry. Ist okay. Gell, ey, kannst du zufälligerweise draußen kurz aufpassen ein bisschen? Oh, Baby, was? Ich bin grade in diesen, ähm, Hillbilly-Cortainern. Warte, ich gucke. Ich hab ne Eisenschaufel für irgendjemand. Brauch jemand ne Schaufel? Warte, ich gucke. Irgendjemand hat meinen Rucksack weggenommen, ach, meinen Schlafsack weggenommen. Keine Ahnung, ich war's nicht, hoffe ich. Brauchte wohl einer Blendfall was. So. Plastersterne sind in der Kiste. Du schaust dich auf den Fall. Oh, das steht alles voll. Okay, ich nehm den Schlafsack weggenommen. Das passt schon. Ja. Ach, ja. Also, wir hätten noch ein bisschen weiter entfernt noch eine Fire Station zum Looten. Aber ich würd grad sagen, das los ich ja nicht, oder? Wir brauchen, wenn denn irgendwas, wo die großen Kisten drin sind. Ja. Also, ich hab jetzt auf dem Weg nichts großartig gesehen, ne? Selbst so ein Bier geht, ne? Das gibt's doch nicht. Aber, wo wir wissen, dass da, äh... Oh, da kommt was raus. Aufpassen. Also, ich seh dich. Ich hör nur Fussballer auf. Gut. Ich hör nur Fussballer auf. Okay. Kann man mit leben. Äh, Karachop immer noch auf, äh, 762er? Ja, klar. Ja, hier. Sehr gerne, danke. Bitte. Wer pflanzt denn hier Bäume? Ist das wirklich notwendig, dass wir noch Bäume pflanzen? Ja. Okay. Wenn ihr da oben steht. Da Feierstation nicht ein Waffen-Safe, ja. Aber ich glaub, wegen einem... Unglaublich, dass der einstiegler, oder? Und Feierstation, wenn es die große Route ist, stehen drei. Da stehen sogar drei. Drei Waffen-Saves drin. Bei, 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 bei Aldos Kabinett stehen auch welche oben. Ach ja. Bei meinem Kabinett, da hab ich ja auch welche. Äh, ja, ich muss mich eben mal schnell ausmüllen, hier so ein bisschen. Wenn du grad noch was zu essen findest von oben, könntest du das gleich mitbringen und... Äh, äh, ja. Ja. Ach so, ich hab, äh, übrigens noch die... Warte, ich komm hoch, ich hab ja noch die Kartoffeln drin, falls Meat Studio gemacht werden kann. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir brauchen aber auch... Wasser ohne Ende, ne? Ja, Wasser ist ja nicht das Problem, wenn wir in Wasser stehen. Wasser ist nicht das Problem. Geht grad mein Beruf nach. Ich kontrollier den Briefkästen. Das Wasser ist das Problem, sondern eher die Gläser. Ja, wir haben Spiegel da stehen, da grenzt den Sand ein.